Gut, gleich da. Habe ich das gut. Das war's für heute. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Unser Planet ist so wichtig, als dass er dem Blick des Imperiums für immer entkommen könnte. Und jetzt seid ihr hier und verderbt uns mit eurer Anwesenheit. Corellia hat den Schiffbau revolutioniert, den Weg für Hyperraumreisen bereitet und die Republik gegründet. Ihr werdet nicht alles ruinieren, was wir aufgebaut haben. Ihr verteidigt einen Planeten, der mit Korruption infiziert ist. Nur so konnte das Imperium einen Fuß in die Tür setzen. Ein paar Krankheitskeime zerstören nicht den ganzen Organismus. Man muss einfach nur die Infektion beheben. Beschützt die Relikte, Männer. Vertreibt die Eindringlinge von Corellia. Alright. Dann hat er recht gegründet, dass ich meinen, dass ich es gestern vorher zu retten gewesen wäre. War sogar so nett, ihn direkt auf den Tisch umzubringen. So. Wunderschön. Dann schauen wir mal, wo es als nächstes hin geht. Ah, da lang müssen wir. War doch ein interessanter Ausflug. Hm, ja. Wir sollten öfter in ein Museum gehen. Ja, öfters was für die Bildung tun, ne? Hm. Problem ist, nur nachdem wir im Museum waren, ist es für alle anderen dann, ja, kein Museum mehr. Hm. Okay, quer fällt ein oder lieber drumherum? Mir egal. Ich folge dir. Also in den sicheren Toten, alles klar. Yay. Lachen geht's Feigefeuer. Oder weil, weil sie in die Kreise sind. Au. Jetzt habe ich was gut. Ich hab'- Ich hab'- Ich hab'- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Freie. Jetzt bin ich wieder vergessen und dankbar. Meine Empfehlung an den Schänder. Wer hat das Wort? Ich? Sogar jetzt ist Paras noch immer so gut wie unzerstörbar. Und ich weiß nicht, wie man ihn noch weiter schmecken könnte. Sagt der Hand, dass der Rat der SIS wartet. Und ich werde da sein, um euch einzuweisen. Schön. Somit bin ich also fertig hier auf Corellia. Ah, super. Ja, fein. Hm. Ja, nur ich fürchte, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder runtersteigen. Ach du Scheiße. Da gibt's ja kein Hinterhaus-Pam oder so. Nein. Uiuiui. Gemeinheit. Ja. Aber Glück haben wir es noch nicht zu gespawnt. Aber es ist trotzdem ein Kilometer zu laufen. Ja. Na dann. Wir sind doch gut zu Fuß. Ach. Na ja, das nächste wird doch auch interessant werden. Ein faires Duell zwischen dir und Thanaton. Ja. Sollte ich mich vielleicht wirklich zurücklehnen und mich nicht einmischen? Na lol. Was denn? Aber dass der fair kämpft, das glaube ich nicht. Das muss ich sehen. Na gut, ich werde nur entgreifen, wenn er bescheißt. Okay. Das klingt doch fair, oder? Ja. Da, 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 da. Einmal hin, einmal her. Oh, ging schneller als hoch. Oh. Ja, weil das ganze Kämpfen hat zwischendurch viel. Ja. Gut. Dann mal auf zu Thanaton, ha? Jo. Ich kann es gar nicht erwarten. Hm. Und er auch nicht. Ja. Sein gepeinigter alter Rücken wartet schon auf seine Elektroschock-Therapie. Oh nein. Ah. Hoffentlich müssen wir da nicht aus den Möckenkratzer hochsteigen. Nee, zum Glück nicht. Ja, hier scheinen wir richtig zu sein. Na dann. Ach, siehst du, hier gibt es gleich einen Aufzug. Ja, wir hätten gleich hierher kommen sollen. Ja. Ja, sogar ein schöner Kampfring. Na dann. Ja, endlich. Fiv, Imperiale, der Herausforderer ist eingetroffen. Hier endet das Kackern. Ich habe euch hier versammelt, damit ihr zusehen könnt, wie ich das Imperium um dieses verdorbene Individuum erleichtere. Sie nennt sich Syl, aber sie ist die Sklavin einer korrumpierten Meisterin. Sash ist jetzt tot und alle, die ihr gedient haben, müssen ebenfalls sterben. Darf Tanaton behauptet, meine ehemalige Meisterin, Darf Sash, sei korrumpiert gewesen. Aber hat Darf Tanaton versucht, diese Korrumpierung zu beseitigen, als sie ihm bewusst wurde? Hä? Ja. Diese Aufgabe hat er mir überlassen. Also sagt mir, ist man korrumpiert, wenn man den beseitigt, der für die Korrumpierung verantwortlich ist? Ihr versucht gar nicht erst, eure Verfehlungen zu verbergen. Ihr seid genauso schlimm wie sie. Ihr habt eure Verbündeten gut bei Laune gehalten. Aber ich habe eigene Freunde. Das Kalus tötet sie. Er kämpft niemals selber. Okay. Patsche, patsche. Und, wirst du meine Hilfe brauchen? Nein. Ich bin da ungehandelt. Chester haut eh schon auf ihn ein, also warum? Okay, der steht auch drauf, gewürgt zu werden, also kann eigentlich so toll sein. Okay. So. Beeindruckend, aber nicht ausracken. Das Übungsschwert sieht so albern aus. Ich bin ja eh näher am Wissen, als ich mit dem Schwert. Ich bin ja eh näher am Wissen, als ich mit dem Schwert. Noch irgendwas? Tanaton, hä? Na, immer noch nicht ausreichend. Jetzt sind nur noch wir beide übrig, Tanaton. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaften. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macher. Du lässt jetzt dein Rock fallen, Junge. Ich kann es kaum erwarten, euch zum Schweigen zu bringen. Ihr seid genau wie ich sie. Sei ehrlich, Tanaton. Hat Sesh euch mal einen Korb gegeben, oder warum seid ihr so sauer auf sie? Äh? Nein, der Noah. Oh. Oh. Ich sag's ja, er steht drauf. Oh. Oh. Nee, nee, nee. Genug jetzt. Ich bin Mitglied im Rat der Sith. Ihr besitzt weder die nötige Macht, noch die Autorität, mich zu besiegen. Er haut ab. Nee, oder? Er ist und bleibt ein feiger Sack. Er flieht. Wow. Glaubt er wirklich, dass es in der Galaxis noch einen Ort gibt, an dem er sicher ist? Er will den Rat der Sith auf Korriban um Hilfe ersuchen. Das war schon immer sein Plan, falls etwas schief gehen sollte. Seht euch vor, mein Sith Lord. Tanaton wird von Verbündeten umgeben sein. Ich warte schon lange darauf, diese Sith kennenzulernen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Viel Glück, mein Sith Lord. Eigentlich sollte es Sith Lady heißen, aber na gut. Hehehe. Uh. Das gab sogar einen Erfolg. Schön. Jetzt gibt es ein neues Lichtschwert. Super. Hoffentlich ist es besser als das Übungsschwert. Ja, mal sehen. Warte mal. Warte mal. So. Juhu. Tuck. Warte. Hallo, herumgehanden. Schön. Ja, jetzt habe ich wieder lila Fertina. Juhu. Na dann. Ich würde mal sagen, schnell reise zu Dezimus. Okidoki. 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 Hm, hm. So, schnell reise. Imperial Zentral Kommando. Juhu. Super. Gut. Dann hören wir uns noch an, was Dezimus zu sagen hat. Verdok ist tot. Ich habe seinen Zugangscode. Endlich. Jetzt hindert uns nichts mehr daran, die Enklave der grünen Jedi anzugreifen. Das ist sie. Die letzte Schlacht um Corellia. Wie ist euer Status, Generale? Die imperialen Truppen nähern sich dem Kapitolplatz. Dann greifen wir an. Ihr habt euch als würdig in der Schlacht erwiesen. Führt jetzt eure Armee gegen die Jedi-Enklave. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Ihr liest es. Aber spart euch etwas Energie für den Anführer der grünen Jedi auf. Meister Arfan Ramos, Kommandant der grünen Jedi. Die Rebellen nennen ihn Corellias Retter. Er verbirgt sich hinter einer Hülle aus Tugend. Doch es ist Zorn in ihm. Wir haben Terminierungstrupps zu Meister Ramos geschickt. Er hat sie alle vernichtet und sich dann in die Enklave zurückgezogen. Jetzt hält ihr die Rebellion ganz allein am Leben. Lasst euch von eurem Zorn leiten, wenn wir diesen erbärmlichen Orden auslöschen. Wackere Worte. Ihr werdet keine Schwierigkeiten haben, wenn ihr den Rat der grünen Jedi stellt. Aber zuerst die Enklave. Darbin Sull wird euch helfen, in die Gemächer des Rats vorzudringen. Bei dem führe ich noch einen Verratpunkt. Ach komm, er schien dich doch sehr zu mögen. Es ist ein Oppotenist. Ja, ein Oppotenist, der sich gerne von dir schlagen lässt, also. Das musst du ausnutzen. Ja, nie. Weiß ja nicht umsonst Liebe mit Hiebe. Na, lol. Nicht bei mir. Na, Gott. Dann nehm ich ihn halt. Na, lol. Ich schenke ihn. Was denn? Immer wenn ich sein Gesicht sehe, bekomme ich das Verlangen, ihn schlagen zu müssen, also. Ja, wo? Ein Gesicht wie ein Lexikon. Darf Decimus will Neuigkeiten. Ach, beim Gehen hat er mir jetzt gesagt, Darf Decimus will Neuigkeiten. Ja, jetzt brauchen wir keine mehr. Ja, eben. Ja, aber ich würde sagen, das reicht auch erstmal. Okay, das ist gut. Jo. Ich hoffe, ich habe noch keine Ahnung. Danke.